Darf ich bitten, Platz zu nehmen, damit wir mit unserer öffentlichen Veranstaltung beginnen können. Sehr verehrte Frau Staatsministerin, liebe Ilse, sehr geehrte Frau Lautenschläger, ihr Mitglieder des Wirtschaftsbeirats, verehrte Gäste, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen und freue mich, dass Sie in dieser großen Zahl heute wieder zu unserer Generalversammlung gekommen sind. Mit rund 1000 Anmeldungen entspricht das wiederum einem überwältigenden Besuch und das ist ein Faktum, das, glaube ich, der Thematik geschuldet ist, die wir gewählt haben und das aber auch zeigt die Verbundenheit, die Sie pflegen mit dem Wirtschaftsbeirat in Bayern. Darüber freuen wir uns sehr und das zeichnet uns auch aus und das ist nicht nur eine gute Tradition, sondern entspricht auch dem, was so erwartet wird von der Arbeit des Wirtschaftsbeirats Bayern im Gesamtkonzert der Wirtschaftspolitik, das, wo wir mitzuspielen haben. Eine Ankündigung gleich am Anfang. Der vorgesehene Hauptredner des heutigen Tages, Herr Ministerpräsident Seehofer, kann nicht kommen. Sie werden es vermuten, weil er beim Trauerakt für Helmut Schmidt in Hamburg ist und dort natürlich Bayern vertritt und vertreten muss. Ich glaube, dafür kann und soll man Verständnis haben. Ähnliches hat mir der frühere Finanzminister und Parteivorsitzende Theo Weigl gesagt, der ebenfalls gerne gekommen wäre, aber heute auch in Hamburg ist, in Verband mit dem ehemaligen Bundeskanzler Schmidt ein ganz spezielles Verhältnis. Ich freue mich aber, dass die stellvertretende Ministerin, und jetzt muss ich den ganzen Titel bringen, die bayerische Staatsministerin für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie, Frau Ilse Aigner unter uns ist und diesen Part übernommen hat und die traditionelle Grundsatzrede halten wird. Liebe Ilse, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Es ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, in meiner Amtszeit zum zweiten Mal, dass du diese Aufgabe übernimmst und da bin ich dir sehr dankbar dafür. Ein besonderer Gruß gilt auch Frau Sabine Lautenschläger. Sie hat einen ähnlich langen Titel, ist Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank und stellvertretende Vorsitzende im Aufsichtsgremium des einheitlichen Aufsichtsmechanismus. Ist das richtig gesagt? Dann herzlich willkommen. Frau Lautenschläger, wir freuen uns sehr, dass wir Sie als geldpolitisches Schwergewicht im EZB-Direktorium für diesen Nachmittag gewinnen konnten. Und wir erwarten von Ihnen natürlich einige Aussagen bei dem Thema EZB in stürmischen Zeiten. Sie haben ja dort eine einflussreiche Rolle, die Sie ausüben. Und wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Und wir haben uns vorher kurz unterhalten und festgestellt, dass wir uns seit ungefähr 15 Jahren kennen. Sie waren damals bei der Deutschen Bankenaufsicht in Bonn und wir hatten damals das leidige Thema Schmidt-Bankhof zu behandeln, dass er zu einem relativ guten Ergebnis dann geführt werden konnte. Da bin ich Ihnen heute noch dankbar dafür. Und bei der Gelegenheit erlauben Sie mir noch eine persönliche Anmerkung. Vor 15 Jahren hatte ich eine kleine Broschüre zu schreiben mit dem Titel Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert. Und da drin habe ich die Prognose gewagt, dass das 21. Jahrhundert auch im Bereich der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik ein Jahrhundert der Frauen werden wird. Dass es so schnell geht, habe ich mir auch nicht gedacht. Dass wir gleich zwei Damen als Hauptreferenten bei unserer Wirtschaftsbeiratsversammlung haben. Aber wir lassen uns überraschen und von guten Dingen überzeugen. Ich kann natürlich nicht alle Gäste wie üblich begrüßen, aber bei ein paar Gästen möchte ich eine Ausnahme machen. Und das gilt, übernommen von meinem Vorgänger Ladies First. Ich begrüße alle Damen, die zu uns gekommen sind und freue mich über ihren Besuch. Bisher war es Tradition, dass wir zwei Ehrenpräsidenten bei unserer Jahreshauptversammlung begrüßen konnten. Das war immer der Herr Dr. Alfred Pfeiffer und der Dr. Dieter Soltmann. Herr Alfred Pfeiffer ist, wie Sie wissen, vor einigen Monaten verstorben, ganz plötzlich. Deshalb kann ich nur noch einen Ehrenpräsidenten begrüßen. Aber ich freue mich sehr, dass er da ist mit seiner Gattin, Herr Dieter Soltmann, mit seiner Frau Ursula. Und herzlichen Dank, dass auch der jetzt erste Vizepräsident Dr. Jürgen Kammer mit seiner Frau da ist und Herr Hammer, der neu gewählte zweite Vizepräsident, ebenfalls bei uns bei dieser Veranstaltung anwesend ist. Ich begrüße den Herrn Staatssekretär, die Alfred Bayer und Heribert Späth als die früheren Vizepräsidenten. Und ich begrüße unseren Schatzmeister, Herrn Dr. Jürgen Nils mit seiner Frau, Herrn Kammer im Übrigen auch mit seiner Frau. Und ich kann mich ja nicht selber begrüßen, sonst hätte ich mich begrüßt mit meiner Frau. So muss ich halt meine Frau alleine begrüßen. Das ist das Schicksal. Ich freue mich, dass Herr Dr. Ingo Friedrich da ist, als ehemaliger Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Und ich freue mich über die zwei Ehrenpräsidenten des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft, Herrn von Kuhnheim und Herrn Dr. Stärker. Vielen Dank für Ihr Kommen. Und jetzt glaube ich, fassen wir den Beifall dann am Schluss der Begrüßungsliste zusammen. Ich begrüße Frau Dagmar Wöhl vom Deutschen Bundestag, Herrn Alexander Rätwein, aus dem Landtag Herrn Dr. Ottmar Bernhardt, Herrn Hans Hintersberger, Herrn Florian Herrmann, Herrn Walter Nüssel, Herrn Klaus Stöttner und von den früheren Bundes- und Landtagsabgeordneten und Mitgliedern der Staatsregierung, den EU-Kommissar Herrn Peter Schmidthuber, Herrn Kollegen Kurt Falklhauser, Herrn Staatsminister Adewolfgang Heubisch, Dr. Josef Miller, Werner Schnappauf, Herrn Staatssekretär Adewolf Georg Hauser und meinen alten Freund und Partner im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr und Technologie damals, Herrn Hans Spitzner, mit dem ich zwölfeinhalb Jahre optimal zusammengearbeitet habe. Ich begrüße die Vertreter der Kommunen, der Staatskanzlei, der Ministerien, der Staatsverwaltung, die Amtschefs Herrn Schwab und Herrn Lertzig vom Finanzministerium, Herrn Höhenberger vom Arbeitsministerium, Herrn Dr. Fischer-Heidelberger vom Rechnungshof und die Vertreter der Parteien, der Kirchen, der Bundesbank, der Bundesagentur für Arbeit, der Universitäten und Hochschulen und Forschungseinrichtungen, an deren Spitze Herrn Prof. Dr. Wolfgang Herrmann. Herzlich willkommen und ich bin sehr dankbar, dass Herr Prof. Sinn heute früh da war, mit dem wir die gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Folgen der Zuwanderungsbewegung diskutiert haben. Herr Sinn musste weg, weil er eine Vorlesung halten musste. Herr Kammer hat ebenfalls zu diesem Thema und speziell zum Einfluss des Islam in Referat gehalten. Meine Damen und Herren, das Thema hat uns sehr beschäftigt. Ich begrüße die Vertreter des Konsularischen Chors. Für die Medienvertreter, stellvertretend Herrn Prof. Dr. Martin Balle. Ich begrüße die Vertreter unserer Sponsoren und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und ich begrüße noch einmal alle Mitglieder und unsere Gäste und wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und jetzt ist ein herzlicher Beifall fällig. Vertrauen bewahren, zukunftssichern, Kurs halten in herausfordernden Zeiten, das ist das Leitthema. Und ich glaube, wir haben dieses Thema bewusst gewählt. Es geht uns zwar gesamtwirtschaftlich gesehen in Bayern sehr gut, auf Bundesebene gut. Wirtschaft, Mittelstand haben sich die letzten Jahre gut entwickelt. Der Arbeitsmarkt steht ebenfalls gut da. Es war lange die Diskussion davon, dass man Fachkräfte sucht. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Frau Staatsministerin Aigner wird das sicherlich im Einzelnen auch noch schildern. Aber ich sage auch dazu, jenseits all diesem Optimismus gibt es auch Grund dafür, sich zu überlegen, wie das weitergeht, wie die nächsten fünf und zehn Jahre ausschauen werden und was man tun muss, damit sie gute Jahre werden. Ich glaube, das ist eine permanente Aufgabe der Wirtschaftspolitik, zu sehen, wie die Entwicklung ist und vorauszuschauen, um Fehler zu vermeiden und um richtige Weichenstellungen zu treffen. Nicht erst dann, wenn es schwierig wird, zu sagen, jetzt müssen wir was anderes machen, sondern rechtzeitig die Weichen richtig zu stellen. Aus Sicht von jenseits der Grenzen kann man sagen, ist unser Land ebenfalls hochattraktiv, sonst würden nicht so viele kommen. Aber, wie gesagt, wir haben auch Herausforderungen, denen wir zu begegnen haben. Das ist zum einen natürlich, und das wird ja bei der Flüchtlingsdebatte in den Hintergrund gedrängt, das ist immer noch das ungelöste Problem Griechenland, das ist immer noch das ungelöste Problem Euro. Ich denke nicht, dass wir schon im sicheren Fahrwasser sind. Das ist immer noch das Thema der Staatsverschuldung in den verschiedenen Ländern. Das ist auch, auch ökonomisch betrachtet, das Verhältnis zu Russland. Das ist der globale Wettbewerb, der stärker wird. Das ist der digitale Wandel, wo ja Bayern hervorragende Akzente gesetzt hat. Das ist die Energiewende, die noch nicht verdaut ist. Das sind große Herausforderungen, die wir alle insgesamt haben. Aber natürlich wird es zurzeit aktuell von der Flüchtlingsflug überlagert, die bisher noch unkontrolliert und ungesteuert unser Land erreicht. Ich denke auch, und das ist eines der zentralen Themen, die wir generell haben, das europäische Recht ist hier in manchen Bereichen faktisch außer Kraft gesetzt worden. Oder nicht mehr wirksam. Oder nicht mehr eingehalten. Und das deutsche Recht, in manchen Bereichen leider auch, wenn viele Ströme kommen, wo eine Menge an Menschen nicht kontrolliert, nicht registriert sind, sondern sich in unserem Land aufhalten, ohne dass man weiß, wer wo ist. Ja, ohne dass man weiß, wie viele es überhaupt sind. Wie kürzlich das Bundesinnenministerium gesagt hat. Auch die Dublin-Regeln sind außer Kraft gesetzt. Und die Dublin-Regeln hat ja einen Sinn, weil immer so komisch geredet wird von der Festung Europa. Die Dublin-Regeln sollten die Grenzen nach außen sichern, damit sie im Innen liberalisiert werden können. Die Grenzen nach innen und nach außen zu liberalisieren geht auf einmal nicht. Und wenn sie nach außen nicht gesichert werden, dann muss man sich nicht wundern, dass sie nach innen plötzlich wieder neu entstehen. Das ist ein Prozess, dessen Zusammenhang bei vielen leider nicht gesehen wird. Auch die Terrorentwicklung, die wir in den letzten Tagen, aber schon vorher auch im Libanon, auch in anderen Regionen erleben mussten, meine Damen und Herren, ist etwas, was die Staaten beschäftigt und was die Menschen beunruhigt. Und interessanterweise, wenn jemand sagt, es hat miteinander nichts zu tun, dann war es für mich interessant zu lesen in einem Artikel letztes Wochenende in einer bekannten Zeitung Süddeutschlands. Der Zusammenhang zwischen Flucht und Terror ist unbestritten. Beide haben dieselben Wurzeln, nämlich den Staatsverfall. Und in der gleichen Zeitung, am gleichen Tag von einem Nahost-Experten, der schon ein paar Jahrzehnte dort arbeitet, dass sich unter den hunderttausenden Flüchtlingen keine Agenten und Schläfer des IS befinden, will angesichts von dessen Organisationsvermögen außer deutschen Sicherheitsbehörden kein Mensch in Europa behaupten. Ich sage das nur mit einer Anmerkung und die lautet, wenn politischerseits jemand sowas sagt, dann wird er in Kommentaren vernichtet. Es sind ja schon so weit, dass man politisch bestimmte Fakten nicht mehr sagen darf, aber als Journalist schon. Dann haben wir ein Problem im Land. Und ich will das gar nicht vertiefen. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Ja, die Akkumulation der Probleme ist so stark wie seit langem nicht mehr. Deswegen sind es ganz besondere Herausforderungen. Deswegen ist das Zukunftsvertrauen bei uns in der Bevölkerung gesunken. Die Zukunftssorgen sind gestiegen. Schaffen wir die Probleme, die in der Nachkriegsgeschichte so hoch sind wie selten. Man muss dazu sagen, Probleme hat es immer gegeben. Sie konnten immer gelöst werden, weitgehend sinnvoll. Jetzt sind besondere Anstrengungen und ist Klarheit gefordert, auch in der Artikulation. Ein billiger Zweckoptimismus hilft uns nicht weiter. Wir müssen die Realitäten sehen und wie gesagt rechtzeitig vernünftige Entscheidungen treffen. Das ist Führungsverantwortung. Ich erinnere zurück, das ist jetzt 25 Jahre her, dass der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama die These vom End of History aufgestellt hat. Ende der Geschichte. Er sagt, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks bricht jetzt überall die Demokratie aus, die Marktwirtschaft ist umgesetzt, überall kehrt Frieden ein, überall wird Freiheit sein. Wir haben die Probleme der Menschheit für unsere Zeit und für die Zukunft gelöst. Schwere Konflikte gehören der Vergangenheit an. Es hat sich selten jemand so massiv geirrt wie der. Wir erleben gerade das Gegenteil. Wir erleben Kriege und Konflikte. Wir erleben Terror. Wir erleben Anschläge. Und wir erleben die Ratlosigkeit, dem zu begegnen. Wir erleben, dass jeder unser Menschenbild betont und die christlichen Werte betont und betont, dass man die verteidigen muss. Und dass wir uns von anderen unterscheiden und unterscheiden müssen. Und diejenigen, die zu uns kommen, unsere Werte annehmen müssen, meine Damen und Herren. Nein, das ist alles richtig, aber man muss schauen, dass sich das nicht im Bereich der Deklamationen hält. Man muss schauen, dass hier einiges umgesetzt wird. Trauer und Mitgefühl, ja, aber danach wieder zur Tagesordnung überzugehen, reicht nicht. Und wenn zur Bekämpfung dieser Themen gesagt wird, wir müssen die Terrorursachen und die Wanderungsursachen bekämpfen, dann kann ich auch sagen, das ist richtig. Aber was ist die letzten viereinhalb Jahre passiert bei dem Irak-Krieg und bei dem Krieg in Syrien? Da hat jeder seine Deklamationen aufgesagt. Einer hat gesagt, Frieden ja, aber nur ohne Assad. Die Nächsten haben gesagt, Frieden ja, aber mit Assad. Und die Nächsten haben gesagt, ja, da muss man schauen, wie das weitergeht. Und man hat zur Abwehr des Ganzen die Kurden, die eigentlich keinen Staat haben und keinen Staat sind, partiell ausgerüstet und gehofft, dass sie dem begegnen können und sich selber auf Luftschläge beschränkt. Das ist ja alles schön, aber zweifelhaft. Jetzt, wo Russland vorangegangen ist in Syrien und man kann es inhaltlich billigen oder nicht, jetzt bewegt sich was. Und jetzt ist man zum ersten Mal bereit, über Friedensverhandlungen zu reden und über den Weg zum Frieden zu leben. Und jetzt erleben wir, dass Europa gefordert ist mit einer gemeinsamen Außenpolitik. Und auch die Diskussion beginnt zumindest mit einem gemeinsamen Vorgehen in militärischen Fragen. Jetzt will ich das Thema gar nicht vertiefen. Nur für mich ist es erstaunlich, dass wir beim Thema gemeinsame Außenpolitik gemeinsames Vorgehen bei militärischen Fragen weit weg sind von einem Zustand, den man bräuchte. Genauso wie übrigens bei einer gemeinsamen Rüstungsexportpolitik in der Europäischen Union. Auch hier gibt es keine Gemeinsamkeiten, obwohl sie notwendig wären. Und ich bin gespannt, was bei uns für eine Diskussion stattfinden würde, wenn man sagen würde, es kommen eine Menge an jungen Leuten aus Syrien und dem Irak. Und IS ist aber nur der Bodentruppen zu beseitigen, da müssen wir uns beteiligen, da müssen dann unsere jungen Soldaten hin. Und die Waffen, die die Leute dort unten eigentlich bräuchten, die liefern wir nicht. Da kommen einige Dinge sehr, sehr in Schwierigkeiten. Ich reiße das nur an, weil ich sage, die Logik unserer Politik oder der westlichen Politik ist in diesem Bereich nicht mehr erkennbar. Ich habe neben meiner Aufgabe als Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats ja auch die deutsch-arabische Freundschaftsgesellschaft in Berlin zu leiten. Und da wird vieles über diese Themen diskutiert. Die Erwartungen an den Westen waren und sind hoch. Die Erwartungen an den Westen waren nicht die, dass ein amerikanischer Präsident ohne Grund einen Krieg beginnt. Die Erwartungen an den Westen wären anders. Und mit dem Geld, das man für kriegerische Auseinandersetzung verbraten hat, hätte sich viel Friedliches erreichen lassen. Aber ich will das gar nicht vertiefen. Ich sage nur, wir werden hier stärker gefordert sein, wenn wir sowohl dem Flüchtlingsansturm wie dem Terror stärker begegnen werden. Dass die Bayerische Staatsregierung hier eine sehr klare Politik betreibt, die will ich anerkennen. Die Positionen, die bezogen werden, sind richtig, sind gut, gefallen nicht jedem in der Öffentlichkeit, sind auch nicht immer medienwirksam, aber ich meine im Sinne der Bevölkerung richtig. Was in der bayerischen Wirtschaftspolitik gemacht wird, euer Pakt mit den Betrieben, der dafür sorgen soll, dass es, wenn ich es richtig gelesen habe, 60.000 Arbeitsplätze für Zuwanderer in der nächsten Zeit gibt und Ausbildungsplätze, ist gut und richtig. Weil der erste Schritt der Integration immer bedeutet, den Menschen Beschäftigung, Arbeit zu vermitteln, damit sie sich und gegebenenfalls ihre Familien selber ernähren können und nicht dem Steuerzahler zur Last fallen. Das ist der richtige Schritt. Aber auch bei diesem Schritt wird gefragt, wie viel kann man den leisten? Und das wird die Wirtschaft auch fragen. Wie viel kann man den leisten? Oder wie viel bürdet man uns auf? Und auch hier ist ein klarer Blick erforderlich. Die bisherigen Zahlen sagen ja, dass man 10% ziemlich zügig vermitteln kann, weitere 40% vielleicht im Laufe von 5 Jahren. Und was mit den weiteren 50% passiert, das weiß noch keiner. Die Kosten werden zweistellig sein und die nächsten Jahre bleiben. Was mich überrascht hat auch, aber das schneide ich nur kurz an, ist, dass heute schon 50% der Bevölkerung zu diesem Thema nach den Umfragen, die vorliegen, nicht mehr das sagen, was sie denken. Das halte ich für höchst gefährlich, weil unsere Demokratie vom Meinungsaustausch lebt, vom streitigen Meinungsaustausch, davon, dass sich Menschen zu ihrer Meinung bekennen und sagen, was sie dazu denken. Ich will nicht, dass wir plötzlich überrascht sind, dass bei den nächsten Wahlen, ob Landtag oder Bundestag, plötzlich Ergebnisse herauskommen, wo viele dann sagen, ja, wer hätte denn das gedacht. Wir leben von der Offenheit und Transparenz der Meinungen und von der Diskussion zu all den Themen, die relevant sind. Und damit höre ich mit der Zuwanderung auf und gehe auf die Themen rüber, die für uns in der Wirtschaftspolitik wichtig sind. Die Globalisierung, der Strukturwandel, der globale Wettbewerb nimmt zu, die Konkurrenz nimmt zu, sie wird schärfer. Die USA melden sich zurück in der Industriepolitik, dank einer sehr strategisch angelegten Energiepolitik. Da sieht man, was das für eine große Bedeutung hat. Frankreich und Großbritannien gelingt das in dem Umfang nicht, weil sie da in anderen Dingen verfangen sind. Wir haben in Deutschland, Fernost, hat sich gewandelt vom Billiglohnanbieter auch Richtung Hightech. Und wenn ich sehe, was in China an ICE fährt und was die am Bahnhof gebaut haben, dann kann ich nur sagen, großen Respekt. Das findet man in Europa so nicht, aber das will ich auch nicht vertiefen. Hochtechnologie ist bei uns ein großes Thema, weil wir ohne Hightech unsere Löhne, unsere Standards im Kultur- und Sozialstaat nicht bezahlen könnten. Wir bleiben auf Innovationen angewiesen. Darum ist es gut, dass die digitale Revolution, von der jeder redet, in Bayern in dieser Offensivkraft in Angriff genommen wird. Darum ist es gut, dass hier eine Menge Geld investiert wird. Vielleicht kannst du uns dazu einiges sagen. Uns interessiert auch, inwieweit die Wirtschaft hier eingebunden ist und inwieweit die Wirtschaft hier den Nutzen davon hat. Das Thema Industrie 4.0 kann ja kein Schlagwort sein. Das Thema Industrie 4.0 bringt auch soziale Veränderungen etc. Aber wir müssen in diesem Thema mit Sicherheit weit mit vorne sein. Bedeutet, dass Innovationsinitiativen, sprich neue Produkte, neue Betriebe, neue Märkte sich zu erschließen, weiterhin treibende Kraft in der Wirtschaftspolitik sein werden. Das bedeutet auch, dass Investitionsoffensiven und Gründeroffensiven weiterhin Thema sein werden. Und auch hier eine kleine Anmerkung. Ich weiß ja, dass bei der letzten Koalitionsverhandlung von euch im Arbeitskreis Wirtschaft als Förderung der Investitionen vorgeschlagen war, die degressive Abschreibung wieder hinzuführen. Und auch nach meiner Überzeugung ist, dass das das beste Thema, um Investitionen zu fördern. Und das bleibt gesagt. Es ist am Schluss abgelehnt worden mit einem seltsamen Argument. Und das Argument hat gelautet, es läuft ja alles ganz gut, das brauchen wir jetzt gar nicht. Und wenn es nicht mehr so gut läuft, dann kann man ja das wieder auflegen. Und da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, alte wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Erfahrung investiert wird in guten Zeiten. Und die Investitionen, die in guten Zeiten nicht kommen, kommen in schlechten Zeiten gar nicht. Insofern, wenn man Investitionen anreizen will, muss man sie in guten Zeiten anreizen. Und wenn wir feststellen, dass wir bei Investitionen in Deutschland nicht nur bei den energieintensiven Betrieben, sondern auch bei den anderen, unter dem OECD-Schnitt sind seit Jahren, dann ist es höchste Zeit, den Kapitalstock zu optimieren und wieder aufzubessern, weil eine gute Grundlage, eine gute Produktionsgrundlage, ein guter Kapitalstock, das A und O sind für uns, damit die Wirtschaft auch in Zukunft vernünftig läuft. Bei der Verkehrsinfrastruktur, bei der Glasfaser macht Bayern viel. Ich hoffe, vom Bund unterstützt. Bei der Verkehrsinfrastruktur werden die Mittel oder sind die Mittel aufgestockt worden im Straßen- und Schienenbau. Auch das ist positiv. Beim Thema Flughafen München hoffen wir auf eine vernünftige Entscheidung in absehbarer Zeit. Ich will das gar nicht weiter vertiefen, weil die Diskussion aufgeheizt genug ist. Die Privatwirtschaft, wie gesagt, braucht Investitionen, damit die Investitionslücke geschlossen ist. Auch das ist ein Thema der binnenländischen Nachfrage. Aber noch einmal, die Nettoinvestitionen der Wirtschaft liegen nur noch bei 0,5 Prozent. Und bei den energieintensiven Branchen investieren wir nur noch 80 Prozent der Abschreibungen. Das heißt, das ist faktisches Desinvestment. Und Desinvestment passiert bei uns nicht so, dass Betriebe kommen, nehmen ihren Betrieb unter Nahrung und gehen ins Ausland. Sondern die Neuinvestitionen finden nicht mehr bei uns, sondern woanders statt. Und das ist ein schleichender Prozess. Und diesen schleichenden Prozess sollte man rechtzeitig beobachten, sonst gibt es irgendwann ein böses Erwachen. Weil wir uns dann fragen müssen, womit beschäftigen wir die Menschen, womit verdienen die unser Geld, wie läuft die Wirtschaft rund, auch mit den Arbeitsplätzen, die wir brauchen. Ein weiteres Thema, das ich ansprechen will, in aller Kürze, das ist das Thema Energiewende. Es gibt ja seit einiger Zeit Klärung, dahingehend, dass der Leitungsbau erforderlich ist. Das war ja länger umstritten oder die Behauptung war, das braucht man eigentlich gar nicht. Es ist aber auch da sinnvoll zurückzuschauen, Bayern war nach dem Krieg ein Revier und ein hafenfernes Land. Und deswegen in der industriellen Produktion weit hintendran. Bayern ist durch den Bau der Pipelines und der Schädel von Dresden und Genua nach Ingolstadt und den Raffineriebau im Ölbereich hafenunabhängig geworden. Und Bayern ist durch, ob es einem gefällt oder nicht, durch den Einsatz der Kernenergie von der Kohle unabhängig geworden. Und dadurch sind wir im Energiebereich, im Strombereich das günstigste Land in Deutschland geworden. Das hat den Industrialisierungsprozess vorangetrieben. Dahingehend, dass wir heute in der Industrie die größte Industriedichte aller Länder in Deutschland haben. Auch knapp vor Bad und Württemberg und in der Industriedichte auch vor Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Plus. Und alle anderen Bereiche, Handwerk, Handel, Mittelstand, hängen damit auch zusammen. Die Nachfragepotenziale, die entstehen in der industriellen Produktion, auch durch die Exporte, wirken bei Handel und Handwerk und Mittelstand und Dienstleistungen. Manche haben zu mir schon gesagt, ja in Berlin, als ich ein paar Jahre verbracht habe, wir brauchen das nicht. Wir setzen auf den Dienstleistungssektor. Meine Damen und Herren, das kann man schon tun. Dann haben wir Fremdenführer, hat Oberkellner und Kellner und hat sonstige. Die im Dienstleistungsbereich arbeiten, aber die interessanten Berufe, die sind alle notwendig, damit mich da keiner falsch versteht. Aber die interessanten Berufe, bei Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekt, Ingenieur, sonstige Forscher, Entwickler, die hat man dann nicht. Die hängen auch im Dienstleistungsbereich, auch in anderen Sektoren mit der Industrie zusammen. Darum bleibt die Industrie bei uns Kernfunktion und Leitfunktion. Darum muss man immer aufpassen, dass die Grundlagen für die industrielle Produktion bei uns erhalten bleiben. Und dazu gehören eben, wie gesagt, die gute Energieversorgung, Bezahlbarkeit, Verlässlichkeit, Klimaverträglichkeit müssen gegeben sein. Du hast deinen Energieplan Bayern entwickelt. Vielleicht kannst du dazu einiges sagen. Das Ziel muss bleiben, dass wir in der Energieversorgung sicher, umweltfreundlich und preisgünstig bleiben. Das sind die drei Zielmarken. Die haben sich auch durch den Energiewandel nicht geändert, wenn man nicht wirtschaftlich schadenleiden will. So, und dann mache ich noch eine kleine Anmerkung oder Frage zur EEG-Umlage. Vielleicht gibt es auch hier eine Aussage oder eine Perspektive, die uns alle interessieren würde, wo landet denn irgendwann der Strompreis? Dass es mit der EEG-Umlage so weitergeht, mit dem Leitungsbau so weitergeht, mit anderen Dingen so weitergeht. Gibt es eine Vorstellung, wo man mal das ganze Ding ein Ende findet? Ich glaube, das wird nicht nur die privaten Verbraucher interessieren, sondern auch Klein- und Mittelbetriebe und auch Großbetriebe, die keinen Abschlag bei den Kosten haben. Und das sind einige Themen, die uns über das ganze Flüchtlingsthema hinaus natürlich deutlich interessieren. Und Frau Lautenschläger, auch bei Ihnen sind wir sehr neugierig, was Sie uns sagen können. Vielleicht gibt es aber Neuigkeiten bei dem Thema Griechenlandrettung. Vielleicht gibt es einige Informationen, wie es weitergeht bei der Schuldenkrise, bei der Zukunft des Euro. Auch wenn die Flüchtlingskrise diese Dinge überlagert. Es gibt ja schon Länder, die sagen ja wegen der Flüchtlingskrise, die sagen was ganz was Schönes. Wir nehmen zwar keine Flüchtlinge auf, aber wegen der Flüchtlingskrise möchten wir viel mehr Liberalität in der Neuverschuldung. Also wenn Frankreich sagt, wir nehmen bis zum Jahre 2020 20.000 Flüchtlinge auf, aber bei den Haushaltsrestriktionen brauchen wir eine Großzügigkeit, dann haben beide Dinge miteinander nichts zu tun. Komischerweise wird das aber in den Medien etwas anders diskutiert. Da glaube ich, ist die Europäische Kommission gefordert, hier entsprechend die Dinge festzuzuhören. Wenn gesagt wird, okay, um uns des Terrorismus zu erwehren, brauchen wir mehr Polizei, mehr Sicherheit. Das ist verständlich. Aber mir zeigt es auch, dass nicht durchgeführte Reformen im Staatshaushalt irgendwann zu spät kommen. Darum ist die richtige Entscheidung, sie sind gut, aber sie müssen zur rechten Zeit getroffen werden. Sonst sind sie nicht mehr wirksam. Das ist das A und O. Und deswegen wird man sehen, vielleicht können Sie uns einiges sagen, wie das Ganze weitergeht. Was uns im Magen liegt, ist das große Thema Quantitative Easing der Europäischen Kommission. Also, wenn gesagt wird, wir kaufen für 16 Milliarden pro Monat Staatspapiere, andere Wertpapiere auf, dann muss ich sagen, was kauft man denn da alles? Wie ist denn die Qualität der Papiere? Früher hat man nur die Papiere genommen mit der größten Bonität. Jetzt lese ich hin und wieder, dass man runtergeht bis fast zum Ramschniveau. Weiß ich nicht. Vielleicht können die uns etwas Beruhigendes sagen. Das ist das eine. Das zweite, man will damit die sogenannte Deflation vermeiden. Erstens, meine Damen und Herren, haben wir keine. Zweitens hätten wir eine, wenn wir eineinhalb, zwei Jahre lang eine Deflation hätten, dann spricht man von Deflation. Drittens, wenn man genau hinschaut, dann weiß man, dass die Inflation nur deswegen niedrig ist, weil die günstigen Energieversorgungspreise eingerechnet werden. Öl, Gas etc. Rechnet man das nicht ein, hat man zumindest in Deutschland eine Inflationsrate von 1,3%. Die reicht. Das ist Preisstabilität. Also mag ja sein, dass in anderen Ländern das erforderlicher ist. Wenn aber gesagt wird, und das hoffentlich auch gesagt wird, man will damit die Konjunktur ankurbeln, dann ist das nicht Aufgabe der EZB. Und wenn der EZB-Präsident hin und wieder durchklingen lässt, das habe ich im Übrigen nicht ich erfunden, das steht so in den Verträgen. Ja, ja, ja. Und wenn der EZB-Präsident, und im Übrigen hat der EuGH das genauso gesagt bei seinem Urteil. Und wenn der EZB-Präsident sagt, ja, ich will damit auch die Währungsparität beeinflussen, dann ist das auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist die Sicherung der Währungsstabilität. Da kann man sagen, ein bisschen Inflation will ich, aber dieses Quantitative Easing soll ja auch, wie es immer heißt, dazu führen, dass die Banken genug Geld haben, um die kleinen und mittelständischen Betriebe mit Geld zu versorgen. Also ich lese auf der anderen Seite immer, dass wir ein ganz anderes Problem haben. Die Banken sagen, wir haben eine Anlage-Notstand. Wir wissen nicht, wohin mit dem Geld. Wir haben genügend. Die Betriebe nehmen es ja nicht ab. Und die Betriebe, meine Damen und Herren, investieren nicht deswegen nicht, weil nicht genug Geld da wäre zur Finanzierung der Investitionen, sondern sie finanzieren zum Teil deswegen nicht, weil nicht genug Vertrauen da ist in die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und in Europa. Und Vertrauen entsteht erstens in der Verlässlichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene. Und wenn manche Gremien sagen, was im Gesetz steht oder in Verträgen, das ist mir ziemlich wurscht, weil ich bin ja unabhängig. Tja, dann kann ich nur sagen, die Unabhängigkeit wurde der EZB gegeben, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Nicht um zu sagen, ich bin unabhängig, darum mache ich was, ich will, mir redet sowieso keiner drin. Das war nicht gedacht. Und wenn ich mich erinnere an die Einführung des Euro damals und die Gründung der EZB, dann war uns immer erklärt unter Franz Christoph Zeidler, du warst ja damals Staatssekretär im Finanzministerium, da hat es immer geheißen, die EZB wird sich unterscheiden von der FED und von der englischen Zentralbank und von der japanischen. Das wird ganz anders orientiert sich an der Deutschen Bundesbank. Ja, dann muss man sich auch unterscheiden. Das tut man aber nicht. Die amerikanische Zentralbank zum Beispiel finanziert keine Einzelstaben. Die EZB macht das schon. Und es gibt mehrere Unterschiede, die man hier macht. Ich denke, vielleicht können Sie uns da aufklären, dass hier einiges schon mit Fragezeichen zu versehen ist. Und wenn der Präsident ankündigt, er möchte das Quantitative Easing von der Laufzeit her oder vom Volumen her oder von den anzukaufenden Papieren her noch ausweiten, dann wäre es mir nicht leichter im Magen. Und ich glaube vielen anderen auch nicht. Und ein schönes Argument ist immer, man will ja damit für die Staaten, die Reformen machen müssen, Zeit einkaufen. Das Argument habe ich vor drei oder vier Jahren schon gehört, als zweimal 500 Milliarden ausgegeben worden sind für Kredite an den Banken, mit denen die allerdings gleich wieder Staatspapiere gekauft haben. Das Argument hat es bei einer zweiten Aktion der EZB gegeben, wo mit Geldmitteln was gemacht wird. Das gibt es jetzt beim Quantitative Easing. Man will ja den Staaten Zeit einkaufen, meine Damen und Herren. Das ist so schön für die Staaten, die Reformen machen müssen, dass sie sagen, mit der Reformen preisiert es überhaupt nicht. Denn unsere alten Staatsanleihen werden da schon aufgekauft. Also der Druck, der über den Kapitalmarkt käme bei der Aufnahme von Geldern, wird durch die EZB genommen. Es wird nicht Zeit eingekauft für Reformen, sondern es wird die Zeit genutzt für die Reformvermeidung. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen können, wenn wir uns... Das sind einige der Fragen, die wir haben, wo wir uns erhoffen, dass sie dazu uns was sagen können. Vielleicht klingt das ein bisschen hart. Es ist nicht so gemeint. Aber natürlich sind das zentrale Themen und da kann man jetzt sagen, was man will. Wir sind abhängig von dem, was die EZB macht, ohne dass irgendeine Regierung oder ein Parlament darauf Einfluss nehmen kann oder besser gesagt will. Denn das sage ich zum Schluss. Eine öffentliche Diskussion um die eigentliche Rolle der EZB fehlt mir schon. Und ich wundere mich, dass manche der Verantwortlichen in Regierungen und Parlamenten in Europa sagen, naja, die EZB ist halt unabhängig. Dann muss man schon immer fragen, wozu. Aber das sind einige der Fragen. Vielleicht können Sie uns... Und Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie ein klares Wort haben und eine eigene Meinung und eine klare Auffassung. Vielleicht können Sie uns hier in die Lage versetzen, heute noch einen fröhlichen Abend zu haben. Dankeschön. Applaus